So, weiter geht's. Meine Ziele. Haben wir Kaffee mit, gekauft und hätten einen kleinen Bächel genommen, aber doppelte Menge bestellt oder reingetan. Aber ich glaube, ich habe nur einen kleinen bezahlt. So, erstmal gucken, wo wir runter waren. Thüringwald, Valmira, Walga ist das jetzt. Malga war das, ne? Valmira. Ja. So. Start. So, Valga hier. Holmira. Okay, los. Jetzt kommen wir gleich nach Lettlau. Ne, na gut. Lettlau wieder rein. Lettlau. Dann haben wir noch mal vorher gekankt, weil wir hier mit Euro bezahlen können. Was natürlich viel bekwämer ist und so weiter. Okay, erschien das auch auf der Hinfahrt, dass Lettland deutlich weniger Tankstellen hat. Oder irgendwie, das war da alles ein bisschen weiter nach hinten gesetzt. Sozusagen. Aber auf der Seite, zum Beispiel Russland, zu Russland selber, da die Grenzregion, die war ganz schön verlassen. Okay. Okay. Das ist dann schon freundlich. Und das. Aber nun verlassen wir das. Mit Valga, mit Rennstatt. Mit vollem Tank. Und Hotdog haben wir gegessen. Und mit vollem Kaffe. Und dann sind wir okay. Da, diese Rennstatt. Und dann sind wir, das haben wir gesagt. Wie. Das ist so. Auf? Ich schaue. Wie. Da. Du. 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 In 300 Metern rechts abbiegen, auf Darmtor weiter fliegen. Ja, da noch mal hin. Mal lieber hier. Links rechts abbiegen. Hier oben? Ja. Bei uns sind gerade hier. Letzt auch. Schnell geht erst. Die letzte Plätze. Komm ich über durcheinander. Letzt auch in Lettau. Gottes Willen. Aber auf meiner bisher linken Ruhe habe ich in Lettau drei Pferdekarten gesehen. Richtig. Heuerliche Pferdekarten. Leider Wagen. Und Gummibarzt. Komm kommen wir hier links. Hier ist er mit Valkas. Wo jetzt jeder Unterschied ist zwischen Letten und Westen. Das weiß ich nicht genau, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, Hessler ist der große finnische Einfluss. Russische Einfluss. In einem Kilometer den Kreis werden wir an der zweiten Ausfahrt verlassen. Aber... Der Russische wird wohl nicht so groß gekehrt. Ich habe ja gelesen, dass er 15 Prozent der Bevölkerung gewusst sei. Aber das muss ja nicht stimmen, dass er noch in diesem Weg kommt. Bei Wikipedia. Wo gucken wir uns die Mitte fahren. Lettenland auch fahren. Lettenland auch fahren. Der Pferd. 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 hier an der zweiten Ausfahrt verlassen. Hier ist Valka nochmal. Oh! Ich hoffe nicht da rüber. Ich blöde es hier. Hier in Deutschland brauchen wir ja kein Licht mehr machen. Das war, weil wir ja selber schon so bebeugt sind. Aber hier scheint es ja irgendwie in Skandinavien und in baltischen Ländern. Gegeben zu sein, auch nicht. Da war das ein Hauptpunkt bei Ostenwalka. 25 Kilometer der Strasse vor Rinden. Oh, wir sind schon wieder. Und hier ist es gut. Es ist sehr süß. Ah, die Straßen hier, ne? Wir können das jetzt ja auch mit Essendab vergleichen. Wir tauben, wir tauben. Essendabbrotten sind nicht ähnlich. Das sind beide mit Tor. Und in Moselessland, hier hinten, da haben sie mit der Pistole vorgehalten. In die Luft geschossen. Hier an der Mitte passiert noch nichts. Das war an der Grenze. Das ist die Fluarne. Das ist die Fluarne. Der in der Mitte des Fluar. Das ist das Flugzeug. Im Fluarne. Das ist aus dem Fluarne. Bis zum Wurden! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020